hallo leute mein name ist sozerainstock und wie versprochen gibt es jetzt version a von living to me hermongos minecraft animation musikvideo von gts5 enchanted mob und sie was animations schon mal ein like weil die animation vorher gut war los geht's bin gespannt wie das ending ist wie ich an schaden mob kenne hat er das dramatische ending wieder mal gewählt bestimmt da liegt der erste tote body mal gucken ob es noch unterschiede dazwischen gibt der song ist so gut ich finde auch interessant das design des dämonen hier ja er will es auf jeden fall auflösen und er hat ein alibi ich fand die zeichnung auch ich glaube wer hat eben gefakt was mir auch fällt dass purple gar nicht hier ist oder auch da und er hat gerade 9 entdeckt das kann doch nicht wahr sein was ist dort und er ist raus eigentlich war es da schon offensichtlich er war mit pink unterwegs und er hat ihn verletzt und er hat ihn verletzt du bist doch jetzt bewirbt er dann fällt mal gucken wie es jetzt endet oh weia oh nein nein er drückt frei und das wird schief gehen ja er rennt raus er wird gefressen ja er ist ja in kaum aber auch morgen schlägt nicht mehr niederlage absolute niederlage was für nenne ich hätte eigentlich erwartet dass er erwischt wird und dann der gelbe gefressen wird aber nein er konnte noch entkommen auf jeden fall auf jeden fall amazing wieder richtig gut gemacht ja kompliment an die creator damit bedanken wir fürs zusehen bleib sozial lassen auch da Version B ist bereits raus bye